Hallo, in diesem Video wird das Rätsel gelöst, wie unser Universum aus Nichts entstanden ist. Ein glaubwürdiger Prozess der Entstehung des Universums muss mit den gleichen physikalischen Gesetzen ablaufen, mit denen alle physikalischen Ereignisse ablaufen. Eine separate Theorie macht keinen Sinn. Die derzeitige Urknalltheorie oder Big Bang Theorie erklärt die frühe Entwicklung des Universums mit einem physikalisch unmöglichen Anfangszustand, sowie mit Prozessen, die nicht mit nachgewiesenen physikalischen Regeln oder Beobachtungen konform sind. Dieses Video zeigt, wie unglaublich ausgeklügelt, aber auch einfach das Universum aus Nichts entstanden ist, und dass das mit einem klassischen Reaktionmechanismus erfolgt, der für alle Interaktionen zu jeder Zeit gilt, die Weltformel. Nun die genaue Beschreibung, wie Energie und Materie aus Nichts entstanden ist. Es gibt nur einen einzigen Prozess, bei dem Energie oder Masse mittels nachgewiesenen Gesetzen aus Nichts entsteht. Daher ist dieser Prozess alternativlose Relativität. Da es keinen negativen Energiebetrag oder Masse gibt, können nur Bewegungsenergien mit entgegengesetzter Energie aus Nichts entstanden sein. Diese müssen sich im Nichtszustand gegenseitig voll überlagern. Ein derartiger Zustand tritt nur bei entgegengesetzter Selbstrotation auf, auch Spinnen genannt. Damit ergibt sich der einzig mögliche Entstehungsprozess. Die Materie im Universum ist durch paarweise Separierung von entgegengesetzt rotierenden Spinnenenergien entstanden. Schlussfolgerung davon ist, alles was es im Universum gibt, sind Spinnenenergien, deren Beträge man als Materie bezeichnet. Hier nun ein Bild der Möglichkeit der Entstehung von Materie. Entgegengesetzte Spinnenenergien können aus Nichts ohne Energiezufuhr entstehen, wenn sie sich entlang der Rotationsachse separieren. Die erste Materie bestand demnach aus entgegengesetzt rotierenden Spinnenenergien, die als Elektronen und Positronen bezeichnet werden. Das Universum ist also direkt nach Teilchenentstehung voll mit Positronen und Elektronen, die sich unterschiedlich bewegen. Einige zusätzliche Punkte zur Entstehung von Materie. Die Entstehung von Fundamentalteilchen kann nur im leeren Raum erfolgen, da andernfalls Energie aufgewendet werden müsste, um andere Teilchen wegzustoßen. Das heißt, der Prozess ist nur einmal aufgetreten und danach nicht mehr. Aufgrund der beobachteten gleichförmigen Verteilung der Materie im gesamten Universum müssen alle Teilchen gleichzeitig und überall entstanden sein. Die Größe der Teilchen muss identisch sein. Schon bei zwei unterschiedlichen Größen würde es aufgrund der Möglichkeiten der Kombinationen zigtausende von Atomen geben. Was erfolgte nun danach? Seit der Generierung der Fundamentalteilchen läuft der universelle Reaktionsmechanismus der Weltformel ab, bei dem durch Bildung und Spaltung von Bindungen sämtliche unterschiedliche Teilchen bzw. Materie gebildet werden. Hier nun der erste Prozess der Interaktionen. Hier stößt ein Positron und ein Elektron zusammen und überlagert sich. Die berührenden Kugeloberflächen sind gleichgerichtet. Das heißt, bei Überlagerung nimmt die Spinnenenergie zu. Die Teilchen sind jedoch bestrebt, eine möglichst niedrige Spinnenenergie einzunehmen. Deshalb wird die Bewegung der Überlagerung immer stärker gebremst, bis sie sich schließlich umkehrt. Das heißt, Positronen und Elektronen trennen sich wieder. Im Endeffekt erfolgt ein elastischer Abprall. Wie sieht es nun bei Bindungen aus? Gegen der Behauptung müssen dazu gleichgerichtete Fundamentalteilchen zusammenstoßen. Das heißt, zwei Elektronen oder zwei Positronen und sich dann überlagern. In diesem Fall sind die berührenden Kugeloberflächen entgegengesetzgerichtet. Das heißt, die Spinnenenergie nimmt bei Überlagerung wie angestrebt ab. Deshalb wird die Überlagerung fortgeführt, bis sie in Bereichen nach der Spinnenachse durch die dort gleichgerichtete Spinnenenergie wieder gebremst wird und sich umkehrt. Der Endzustand ist, dass beide Teilchen um die Position mit minimaler Spinnenenergie schwingen und dadurch gebunden sind. Die Spinnenachsen werden dabei immer parallel ausgerichtet. Das heißt, auch wenn die Ströße Sträch erfolgen. Es gibt nun aber auch Spaltungen und mit der Spaltung ein Bindungsspaltungsgleichgewicht. Bei jedem Stoß mit Bindungsbildung erhöht sich die Schwingungsenergie des Teilchens. Sobald die Schwingung über die Überlappung hinausgeht, kann keine Rückbewegung mehr erfolgen, das heißt die Bindung bricht. Dabei wird die Schwingungsenergie zu je 50% in die entgegengesetzgerichteten kinetischen Energien der Bruchstücke überführt. Hier das einfachste gebundene Elementarteilchen mit Blick entlang der Rotationsachsen. Es ist das Elektroneutrino, das in der neuen Physik als Elektronenpaar bezeichnet wird. Die genaue Position bei minimaler Spinnenenergie kann genau berechnet werden. Ein Teilchen mit drei Elektronen ist das Myon. Das Myon ist allerdings instabil. Es zerfällt zum Elektronenpaar und zu einem Elektronen. Die generelle Regel ist, genauso wie bei chemischen Reaktionen die Anzahl der Atome konstant bleibt, bleibt bei subatomaren Reaktionen die Anzahl Elektronen konstant. Hier das Teilchen mit vier Elektronen, was als Myon-Neutrino derzeit bezeichnet wird. In der neuen Physik wird es nur als Neutrino bezeichnet. Aufgrund der energetisch günstigen Struktur ist es besonders stabil. Ein Elektron ist in der Mitte und drei Elektronen sind um 120 Grad versetzt gebunden. Und zwar alle in einer Ebene mit und mit der gleichen Drehrichtung. Neutrinos zerfallen in zwei Schritten zu einem Elektronenpaar und zwei Elektronen. Daher sind sie im Reaktionsgleichgewicht mit Elektronenpaaren und Elektronen. Das stabilere Neutrino ist dabei sehr viel höher konzentriert. Hier die wichtigsten Eigenschaften von Neutrinos. Es ist das bei weitem stabilste Teilchen. Es kann angenommen werden, dass 95% aller Teilchen Neutrinos sind. Es ist allgegenwärtig, das heißt es entspricht der dunklen Materie bzw. dem kosmischen Hintergrund oder CMB. Und als emittierte Teilchen wird es auch als Photonen bzw. Strahlung bezeichnet. In Kürze wird in einem separaten Video gezeigt, dass an fast allen Interaktionen im Universum Neutrinos beteiligt sind. Das Universum ohne Neutrinos zu erklären ist genauso unmöglich wie mehr ohne Wasser zu erklären. So sieht das Universum nach wenigen Minuten nach der Generation aus. Ungefähr 70% Neutrinos, 20% Elektronen und 10% Elektronenpaare. Die instabilen Myonen kann man vernachlässigen. Einige Tage später hat sich die Konzentration der Neutrinos stark erhöht bis zu 90%. Während Elektronen und Elektronenpaare sich reduziert haben auf ca. 2%. Dafür ist Wasserstoff mit ca. 5% entstanden. Die Entstehung wird in einem separaten Video dann noch gezeigt. Zusammenfassung Es gibt nur eine Art von Fundamentalteilchen, das Elektron bzw. Positron. Die Fundamentalteilchen sind äquivalent mit den Beträgen von Spinnenergien. Die treibende Kraft im Universum ist das Bestreben von Teilchen nach minimaler Spinnenenergie durch Teilüberlagerung oder Bindung. Das Universum besteht ausschließlich aus unterschiedlich gebundenen Spinnenenergien. Die Struktur und damit Masse, Reaktivität und Stabilität aller Teilchen sind durch die Minimalisierung der Spinnenenergie eindeutig bestimmt. Vielen Dank für das Zuhören.